Wenn Dozenten in der VHS-Cloud bereits registriert sind, können sie mit wenigen Klicks dem Kurs mittels KUFA hinzugefügt werden. Dazu den gewünschten Kurs in KUFA aufrufen und zum Reiter E-Learning wechseln. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Dots-Kurse aktualisieren, werden die eingetragenen Dozenten in den VHS-Cloud-Kurs als Moderation übertragen. Der erfolgreiche Abschluss wird angezeigt und kann mit einem Klick auf OK geschlossen werden.